In den vergangenen Wochen hat sich bei der Sanierung der Gymnasien wieder einiges getan. Im Neubau des OHGs wurde der Estrich fertiggelegt und aktuell werden Ausgleichsmassen für den Bodenbelag aufgebracht. Außerdem wurde die Unterkonstruktion für die Lochdecke fertig gestellt. Der Neubau des OHGs soll bis Ende des Jahres fertiggestellt werden. Im IKG wurde ebenfalls an der Unterkonstruktion für die Lochdecke gearbeitet. Es fanden auch Dachabdichtungs- sowie Malerarbeiten statt. Außerdem wurden die Heizungs- und Sanitäranlagen installiert. In den kommenden Wochen wird sich hier äußerlich viel verändern. Dann werden die Keramikplatten an der Außenfassade angebracht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017